Wie stehen die Sterne ab dem 2. Oktober? Diese drei Sternzeichen erwartet eine tolle Woche. 1. Zwillinge Als Single machen dir Venus und Mars Lust auf Liebe und Verführung. In der Beziehung kannst du für neue Impulse sorgen. Stress und Zeitdruck prallen diese Woche förmlich an dir ab. Ab dem 5. Oktober achtest du mehr auf deine finanziellen Ausgaben und holst das Beste für dich heraus. 2. Krebs Auf der Arbeit helfen dir Jupiter und Saturn dabei, wichtige Dinge anzupeilen. Deine Pläne stoßen auf Zuspruch und du kannst langfristig vorausplanen. Du argumentierst sachlich und sicherst dir damit viele Vorteile. 3. Löwe Zeit für Action Diese Woche setzt du auf ein effektives Fitnessprogramm, wodurch du dich ausgeglichen und kraftvoll fühlst. Mit deinen Finanzen gehst du sorgsam um. Singles nutzen die Liebessterne, um im Flirten aktiv zu werden. In der Beziehung führen Romantik und Harmonie zu erotischen Zärtlichkeiten. 1. Schöpfere Bis zum nächsten Mal.